Oh, hier soll es so allerlei interessantes Zeug geben. Ich sehe hier fast nur Skelette rumlaufen. Und spinnen. Okay, ist vielleicht jetzt nicht gerade die beste Idee, jetzt in der Nacht hier loszuziehen und alles erforschen zu wollen. Oh, guck mal, da ist eine Höhle. Zumindest so ein kleiner Unterschlupf. Oh, cool. Ja, sowas in der Art könnte man ja durchaus dann auch für eine Wohnung hernehmen. Wäre ja eine ganz nette Geschichte. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch genügend. Es ist nicht wieder zu dunkel. Da geht es in die nächste Höhle rein, aber das ist eine richtige Höhle, so wie es aussieht. So. Eigentlich nur eine Sackgasse, aber reicht ja erstmal aus als Unterschlupf, bis die Sonne aufgeht. Das mit der Kiste ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass die nicht da ist. Hm. Oh, oh. Ach, die schlagen. Das sind so Inselbewohner. Ach, cool. Komm, wenn die nicht auf uns schießen, dann können wir eigentlich auch rumziehen. Ist da vielleicht die Kiste irgendwo drin? Nee, das ist nur Holz. Komm, nehmen wir uns mal ein bisschen Holz mit. Das kann ja nicht schaden. Und dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier richtig geil sein könnte. So. Aber keine Kiste. Och Mensch, ich habe mich so drauf gefreut. Oder wir probieren es, indem wir nochmal versuchen, durch das Portal zurückzukommen. Und einfach nochmal neu hier rein spawnen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Okay. Also wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Mal schauen, wo wir jetzt ankommen. Ah, okay. Jetzt ist hier unten unser Portal. Ah, dann können wir also jetzt hier die Chilt hin und her switchen. Das ist schon mal sehr geil. Gut, egal. Hier ist nichts da. Machen wir es ohne Kiste. Komm. So. Welche Richtung wollen wir denn gehen? Das sind eigentlich wie unsere Zombies. ganz lustige, heitere Gesellen. Na, komm hier. Oh, da ist der Nächste. Gut, dass wir ein Schwert dabei haben. Ansonsten müssten wir uns ein neues bauen. Aber ich möchte jetzt hier erstmal sehen, was hier alles ist. Oh, geil. Sogar Fische. Was ist denn das hier? Eine Qualle oder so? Spinne und irgendwie so ein Obsidian-Block. Oh, guck dir mal die Bäume an. Oh, ist dieser Mod geil. Ist das ein Frosch? Ach. Das ist ein Frosch. Ja, cool. Ach, ist das geil. Oh. Diese Sau. Sie sind ganz schön schlau geworden. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Bambusspeer. Ist das die Waffe gewesen? Kann man den werfen? Schauen wir doch mal, was man damit machen kann. Ah. Das ist also eine Waffe, die aber sehr schnell kaputt geht. Na ja, gut zu wissen. Haben wir denn sonst schon was? Nee. Kann man jetzt aus dem Bambus was machen? Nö, kann man auch nicht. Haben wir uns erstmal hier auf jeden Fall mal eine Crafting-Table. Nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Das kann nicht schaden. Gottes Willen, das ist mal hier. So, yes. Jetzt wird es hell. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, wie erkunden wir doch das Ganze mal. Ich habe nur die Befürchtung, wenn wir jetzt zu weit weg von dem Portal gehen, dass wir dann unter Umständen nicht mehr zurückfinden. So, ein bisschen Bambus mal mitnehmen. Dann hier so eine lustige Ananas. Ich weiß gar nicht, kann man die Ananas an sich so essen? Nee, das geht nicht. Kokosnuss. Ah, Kokosnuss kann man essen. Okay. Ich glaube, der Pinacolada hat uns auch geheilt. Ganz gut geheilt sogar. Och, andere Pilze gibt es hier auch. Ach, wie geil das alles ist. Mit diesen Blättern. Das... Das... Och, Gottchen. Au. Okay. Das scheinen Piranhas zu sein. Tatsum ist gerade wie. Gut, dann gehe ich erstmal nicht ins Wasser. Was ist denn das da unten? Sieht aus wie ein Fischfilet. Ein Fresh Morlin. Was auch immer das seins mag. Ach du Scheiße, was ist denn das? Oh, das sieht aus wie so ein Medizinmann mit so einem Blasrohr. Oh. Ach, guck mal. Wir haben den ausgezogen. Tut uns der jetzt noch was? Jetzt haben wir ihm die Maske abgenommen und sein Blasrohr und jetzt heult er. Guck mal. Ach, Gottchen. Nee, den kann ich jetzt nicht wehtun. Hat der nicht was verloren? Nee. So, gucken wir mal, ob uns das Zeug hier heilt. Ja, ein bisschen was bringt. Nicht viel, aber okay. Wir haben ja noch... Ach, hier ist die Maske. Kann ich die aufsetzen? Wow. Ja, cool. Oh, was man auch immer damit machen kann, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich finde das Ding ziemlich cool. Und ich sollte mir vielleicht... Oh, guck mal. Eine Echse. Ja, ähm... Jetzt ist natürlich die Frage, wo wollen wir denn unsere Hütte aufschlagen? Ich meine, hier gibt es so viel zu sehen und zu erforschen. Und... Aber das können wir jetzt nicht alles auf einmal, glaube ich, machen. Hier ist ein roter Frosch. Tut ja nicht... Ah, der tut ja weh. Okay. Und er greift auch an. Das ist... Ach, so eine Art Pfeilgiftfrosch. Ah, genau. Päusen. Na, dann können wir uns wahrscheinlich dann auch hier so... So Pfeile machen. Da sollte ich aber mal was essen, damit... Wir können uns wieder heilen. Und wir brauchen hier auf jeden Fall einen Unterschlupf. Hmm... Hmm... Nur wo? Ich würde eigentlich ganz gerne in dem Dschungel bleiben. Aber der war recht klein, habe ich das Gefühl gehabt. Schauen wir mal, was da hinten so ist. Gut, also wir haben hier auch genügend Höhlen. Wir können uns aber auch so ein Baumhaus bauen eigentlich. Ich meine, diese Verästung, die lädt ja geradezu dazu ein. So, die kann man ja essen. Wunderbar. Nehmen wir dann auf jeden Fall mal ein bisschen was mit. Ach, die sind ja süß, die Viecher. So. Da haben wir jede Menge Höhlen. So viele verschiedene Pflanzen kann man hier nicht mitnehmen. Ja, kann man. In verschiedensten Farben. Ich denke mal, hier kann man auch sehr bunte Sachen dann einfärben. Sonst tue ich mir aber hier mal Kokosnuss dort unten hin. Ach genau, da brauchen wir das Schwert dazu. Oh, hier noch mal so ein paar Blümchen mit. Wahnsinn, was es hier alles gibt. Das ist... Das ist so geil. An dieser Stelle auch ein dickes Dankeschön an den Simon, der mir hier diesen Mod gezeigt und empfohlen hat. Was ist denn das eigentlich? Jetzt warte mal. Aber ich möchte mir jetzt noch mal kurz hier so Zuckerrohr Bambus besorgen. Angeblich kann man das aus Baustoff mittlerweile nutzen. Ne, das bleibt gleich. Ah, da kann man jetzt hier sich Bambus planken machen. Okay. So. Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht aus wie diese komischen Statuen. Und wir haben sogar Kühe da. Okay, Augen leuchten, glaube ich, ist nicht gut. Er erinnert mich so ein bisschen an so einen Enderman. Ich meide ihn jetzt erstmal. Wir gucken erstmal, dass wir irgendwo eine Wohnung zusammenkriegen. Kühe ist cool. Ach, geil. Sogar Affen gibt es hier. Ja, cool. Sind die böse? Nö. Gibt es denn auch Bananen? So, das heißt, jetzt sollten wir mal irgendwie gucken, dass wir irgendwo eine Bude zusammenkriegen. Und ihr habt es gehört, es hat schon wieder geklingelt. Ich habe jetzt gerade mal eine halbe Stunde voll gekriegt. Ich mache mal eine kurze Pause und bin gleich wieder für euch da. dass wir hier nicht mehr kreisern, Also, das ist ja, ich danke dir ein bisschen schützelt.